da geht's los na 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 wartet die piloten da eigentlich die ganze zeit wir gehen erst mal hier rüber das war doch das geburt, genau. wir wollen erst mal hier rein so das inventar voll, okay. such das terminal ah, deswegen haben die nur zwei verschiedene stimmen mehr signalen kommen let's see what's inside ähm, warte mal, mehr signals incoming also die kommen jetzt noch nicht direkt hier her, na gut dann nehmen wir sie wieder mit ich hab gedacht, es kommen jetzt direkt welche hier her, aber das sind ja nur die signal die wir auch so auffassen ok, hä, nein ich höre die karte jetzt müssen wir da oben rein das generator gebäude, der da ist immer so ein geiles wetter auf solchen blenden da hätte ich überhaupt keinen bock drauf ich mag, ich mag zwar stürmisches kaltes wetter, aber wenn ich dich dann daran bewegen muss, um zu überleben und alles, das ist halt einfach kacke so, wir wollen dieses gebäude was betritt die Generatorgebäude? hier bedient das Terminal und die Türen hier sind noch Ressourcen, da müssen wir eigentlich noch hin da müssen wir hin, da müssen wir unbedingt hin da müssen wir Ressourcen kriegen wir holen uns jetzt erstmal die Ressourcen und dann gehen wir hier rüber geht jetzt los hier hinten sollte ja erstmal nichts sein, hoffe ich seit wir finden überraschenderweise wieder irgendwas ich meine, dass die aus den Wänden kommen können, ist ja auch noch so eine Sache, aber hey alle vier durchsuchen, dann gehts schneller sehr schön wir haben einen Kleptomanen dabei, das heißt wir verlieren schon mal 20 von den Ressourcen, die wir gerade gesammelt haben aber gut, solche solche Leute hat man halt immer ne die Hunde sind echt, die sind noch alle im Gebäude und ja ich versuche immer unentdeckt zu bleiben, also so krö... so möglichst wie möglich Der Tor ist voll, okay. War das Data Pack mit Bergen? Wo im Fjord ist was. Also hier in der Ecke muss was sein. Jetzt können wir eigentlich nur warten, bis der weg ist. Alles in Trecker Reichweite wird uns hören, wenn wir jetzt feuern. Okay, der drin ist weg. Zumindest ist die Bewegung weg. Also rücken wir langsam vor. Hör auf, Squad! Komm schon, Team! Einmal rein. Nichts. Auf meinem Weg! Mal sehen, was drin ist. Das ist immer gut, schön wegen ein bisschen schniefen oder so. Na, ich bin ja immer noch krank. Man sollte bei der Gesundheit etwas Futterliches tun. Genau, das tue ich hier. Wir ab in den Hauptraum. Wir haben hier ein Körper. Das könnte unser Schmuggler sein. Ist da irgendwas auf dem Körper? Hey, ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Ein Transformer Station? Hunslet, hast du Augen auf das von oben da? Ja, ja, ja. Marken die Koordinaten. Wir werden die Ressourcen mitnehmen, Mädels. Das ist mir wichtig. Wir werden die Ressourcen mitnehmen. So, wo führt uns das eigentlich als nächstes hin? Hier oben. So, den Transformer an. Okay, jetzt verziehen wir uns von hier. Oh, fuck. Komm schon, Team! Mehr Signaturen sind spottet. Ja, ja, ja. Wir haben den APC mit hier hochgestellt. Gut, dass das Vox-Netz funktioniert. Ah, ist sogar schon da. Sehr schön. Damit kommen wir jetzt wieder runter zum Schlachthaus fahren. Auf sicherem Weg. Äh, Trupp verlegen. Nach. Wir doch nach hier hin. Wollen wir uns auf dem Weg irgendwas begegnen? So, dann wollen wir mal das Schlachthaus untersuchen. Klingt nach einem nicht so geilen Plan, aber hey. Okay. 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 Okay, hier können wir uns in Notfalls auch mal ausruhen. Also jetzt können wir uns erst mal in Ruhe umgucken, weil Safe Room. Komm schon, Team! Ich weiß, dass ich die Tür eh wieder aufschweißen muss, aber das ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Schlachthaustüren geöffnet. Toll. Wir gehen jetzt entweder den weiten Weg durch... Ich habe etwas auf dem Träger. Ich würde euch jetzt in den Kommentaren fragen, wollen wir zu Fuß runter gehen oder fahren wir runter? Ja, wir haben das Fahrzeug einmal hier draußen. Ich meine, was soll der Geiz? Und ihr wusste doch, dass ich das so mache. Und ihr wisst, dass ich das so mache. Ich frage mich, wo die den ganzen Treibstoff eigentlich herbeziehen. Oder was der Treibstoff überhaupt ist. Das ist alles Kernenergie, Kernfusion, sind das Verbrennungsmotoren, ist das Solarbetrieben. Das würde mich mal interessieren, da habe ich nämlich keine Ahnung von. So, die Töne sind eh verschlossen. Komm schon, Team! Willst du mich verarschen? Ich muss da oben lang. Die Barrikade kann ich auch nicht sprengen. Okay. Zum Transporter-Forty ist lustig, so ein Transporter-Forty ist schön. Ich möchte halt einfach nur nicht echt weitere Leute verlieren. Wir haben schon einen Mitglied verloren und ich erinnere mich noch nicht mal an seinen Namen. Muss ich bei dem Denkmal gucken. Aber ich bin halt ein Safety-Spiele. Ist halt einfach so. Und ich möchte auch Spaß im Spiel haben, ne? Und ich werde schon noch genug Risiken eingehen und ich werde Dinge tun, wo ich mir im Nachhinein denke, warum habe ich das getan? Das wird noch oft genug passieren. Also macht euch da mal keine Sorgen. Es gefällt mir hier überhaupt nicht. Da ist auch noch eine Barrikade. Die Tür ist zu. Jeder Weg, der nicht zu uns führt, ist ein guter Weg. Und ich muss lernen, die Marines halt auch zu bewegen, wenn hier angegriffen wird. Move on! Alles deutet darauf hin. Move on! Wo er lang geht. Okay. Ah, geht zu unserem Ausgang. Alles klar. Er soll nur mal ganz zum Ausgang rausgehen. Er würde eine kleine Überraschung kriegen. In den anderen Raum möchte ich gar nicht reingucken. Tatsächlich. Ich muss jetzt hier rein, aber ich muss nicht. Hier ist dein Container-Administrator. Hey! Wir müssen sicher sein. Geh, es ist sicher. Es gibt nur sechs, äh, nein, acht Ecken hier. Und keine Zutaten. Gefahrenverzug, dein Trupp steht in einer ernsthaften Bedrohung gegenüber. Überheile deinen Trupp, reduziere den Stress deiner Moniz und sammle genug Vorräte, um die Fotoprojekte zu überstehen. Wenn dein Trupp vorbereitet ist, droht ihm der sichere Tod. Manchmal ist es besser, auf die Otaku zurückzukommen und um ein anderes Mal zu kämpfen. Auf meinem Weg! Okay. Ah, 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 ah. Jetzt noch viel, Sarge. Nur eine Signatur von Gallagher, Kolonierdirektor. Was? Was? Nee, oder? Nein, scheiße, 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 scheiße! Scheiße, Mann. Sie ist weg. Das sieht gut aus. Dr. Becker sollte mit dem arbeiten. Okay. Fuuuuh. Fuck. So wie zum Thema Risiken eingehen. Alter.